Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schrägstrich Stream Hier auf diesem Kanal Mit Pifa Mit dabei ist der Matze Hi Ja Du spielst in der deutschen Mannschaft, obwohl du eigentlich nicht spielst Im Jahr 2024 Ja, du wirst in der heutigen Mannschaft nicht berücksichtigt Keine Ahnung, wer der Koch heißt Ja, das ist irgendein Typ, den es gar nicht gibt in der echten Mannschaft Ich habe auch mal herausgefunden, wo er spielt Oder habe ich mal gegoogelt? Keine Ahnung Irgendein Typ, der in der echten Mannschaft gar nicht mal spielt Gefühlt noch gar nicht so viel Fußballer ist Anpassen ist das, was wir gestern gemacht haben Aber das bringt dir eh nichts, weil du eh nicht mitspielst Ja, da könntest du jetzt In der Akei Rekord zu einer deutschen spielen Aber Ja Passt Ja, dann kannst du alles einstellen Ultimativ gibt es auch noch Es gibt noch Ultimativ Einfänger Amateur Halt Profi Profi, ich habe mich mal krass gefühlt, deswegen Ja, es gibt noch Ultimativ Ich weiß Der Halbzeitling ist egal Ja, ist jetzt die Frage, auf welchen du spielen willst Wie Halbzeit länger Ist doch egal, weil du eh direkt wolltest Gibst Ja, brauchst du nicht, du simulierst jetzt einfach noch Zack Weitschmidt hat ein Tor geschossen, dann kein Tor getroffen Kommt jemand hat noch ein bisschen, ich will wissen, wie er seine Tor geschossen hat Geben Haben wir nicht irgendwie runtergehen? Es hat kein Tor geschossen Doch, 2 zu 0 für Deutschland Da groß sind zwar der ersten eins geschossen Achso, ich dachte Hallo, ich war los, Digga Weitschmidt hat 2 zu 0 geschossen und hat danach einen verschossen noch Nachdem es zum 2 zu 0 stand Jetzt bist du wieder in der Vor allem eben stand da noch Fünfter oder so Als wir gestartet haben, stand da in Karriere vor Achso, ich glaube, du bist auch Fünfter, ich habe dich gerade verwechselt Ja Warum bin ich Fünfter? Weil du doch so scheiße bist Angertin hat 3 zu 1 gegen Brasilien gewonnen Du spielst links in linker Flügel, bevor du dich wieder wunderst, dass du Warum spiel ich linker Flügel? Weiß ich nicht, es ist so Warum habe ich kein Headset auf? Weiß ich nicht, es ist so Du brauchst kein Tor, was soll das? Weil du erstmal rumstecken hast Du steckst es um? Ja, warte doch Ja, los, das Spiel gewinnt Noch gar nicht Das höre ich doch, wenn das Spiel beginnt Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel Guck, das Spiel beginnt schon Ja, und du hast Ton Ich muss was auftreten bei dieser Warte ganz kurz Mach mal ganz lauter Ich habe schon sehr weit zu Es ist heute um ein Spiel aus der Irre, wie Sie gehen Könnte ein grandioses Spiel werden, Buschi Ein spannendes Ligaspiel Ja, ein spannendes Ligaspiel Beide wissen es, worum es geht Was machen die da? Ja, B wäre auf Tor schießen Ja Und X ist Flanke Halt, Stopp Ich habe ihn geturnet, was ein Loser Ich habe seine Ehre genommen Ich habe gestern den Torwart geturnet Kannst du auch so einen Torschuss? Ja, so nicht Ja, du hast eine Chance Ja, er steht auch wieder nicht da, wo er sein soll Ja, du musst links hin Halt, ne? Ja, das wollen Sie sicher auch heute vor den eigenen Fans zeigen 13 Spiele, 42 Tore, Bruder Ne? Trepp sicherstes Team Ja Und trotzdem nur 5 da Ne? Das muss man schaffen 13 Spiele, 42 Tore, aber trotzdem ist man nur 5 da in der Tabelle Oh Ich glaube, es kommt auch dadurch, dass du wieder ewig verletzt warst, ne? Ja War es doch jetzt gerade, bevor Ich glaube, das ist so mit das erste Spiel, was du wieder mitspielst oder so, ne? Beispiel Was wird das für ein Pass, Digga? Los Ach Digga Ja, gerade eben so So, die tiefstehenden Gäste Reggiano Ne? Die tiefstehenden Gatzgeber So Oder wie man auch keine Ahnung Die Gatzgeber Gefährlich Da lassen Sie den Ball gut laufen Ist die Führung Tor, Tor, Tor So sehen Sie aus Tschadalala Der machte auch diese Fang-Dings-Dinger Fang mich doch So, da hätten wir also das 1 zu 0 Mal sehen, wie es hier weitergeht So Die Analyzer haben wir gestern so jetzt, es ist gesehen, weil sie es fand mich doch erlaubt, aber vor den anderen weg Ne? Ne? wollen wir ihn feiern oder sagt nicht fangt mich doch ich habe einen fehler gemacht eine passansage gleich 50 minus punkte was gleich ausgewechselt das war ein spaß weiter machen wir keine angst du kriegst vielleicht minus 0,1 oder so bei den falschen passansagen gemacht hast jetzt aber ja bitte das wurde eben noch gefährlich jetzt brauchst du eine überraschende aktion schwierig tore zu schießen ich muss ja nicht umsonst auf profi gestellt profi glaub ich ne das ist es nicht so einfach schön abgebrochen oh mein Gott um diese zweite klare verhältnisse das war glaube ich ein Verteidiger ne von der gegenmannschaft richtig gesehen hat der glaube ich ja er hat sie jetzt aber so ein bisschen so aus weil der genau daneben hingefallen ist ja das so kommentiert als wird sich gleich das ganze spiel wenden einfach der madrid kommen ja jetzt noch ja habe ich so fetten gegenspieler neben mir gefühlt der natürlich der stadtfußballer das ist ein echte spieler ist das mit mit aber in die kategorie die auf einmal ganzes spiel dreht ist glaubt sie und wahrscheinlich noch dafür müssen sie erst mal so weit durchlassen und das bisher nicht passiert müsste gegeben und die gibt es auch ne nein alter schwede sie sind schoss der gdp hecht sprung das hat irgendwie gefehlt da ich das sieht aber dadurch hast du ihn so vor allem da ist das einfach rechts dann weggefallen ist wird dann schuss jetzt mal diese ecke als variante man falls erst die linke und die gerichte warme ich glaube hier kann man aber nicht den trick von niklas gestern machen ich glaube der durchschaut dass dafür ist er dann schon zu gut ok ich habe nichts gesagt von so gut also das war eindeutig dass wir nach links schießt du bist sowas von nach links gelaufen also der normale torwart hätte den gehalten ich nehme es zurück wo ahnte denn dass der ball in die mitte kommt er springt in die komplett andere richtung und die du geschossen hast der spruch passt ja mal gar nicht er ahnt dass ich ihn damit er schießt angetäuscht und spielt denn ihn nach links und er dachte in dem moment er sagt er ahnt dass er in die mitte kommt kann ihn aber nicht halten es sind mehr die reingabe jetzt ins zentrum kann man auch noch egal ist 3 zu 0 und gut der elfmeter wird ich ne ist gut für deine team bewertung reggiano habs ich weiß echt nicht was er sagen soll der lichter einfach namen vor die auf seinem platt papier gefunden hat es ist immer noch aber er hätte gefährlich werden können so eine Minute kriegen wir oben drauf die er ist nicht richtig Ball gewinnen und wenn sie nicht aufpassen das kann sein als ob der jetzt noch rausgeworfen wird aber schon 43 Sekunden über schön den elfer versenkt ja 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 steht da so ja hab ich gerade auch gelesen hä wo steht das ne ganz oben ja weil es die letzte richtig positive Aktion bei dir von dir bewertet hm natürlich bei so älter ist es ne wenn der Gegner die so eine Chance schickt natürlich freut sich der Trainer dann wenn sie wirklich auch genutzt wird ne ganz energischer einsatz ne sowas kriegst du ja nicht so oft im Normalfall ne das könnte gefährlich werden jetzt ist der Platz da gehalten aber der Ball ne was macht er draus und das Tor also wäre das und nicht dann hätte er Satz sogar perfekt gepasst ne der eine fragt was macht er draus und der andere sagt dann das Tor ne das wäre noch ein vernünftiges Gespräch aber jetzt und das Tor das Tor ne er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt also ich hab den Pass weggerät oder ne ich weiß es ist immer so bei mir gestern habe ich schon 10-0 und da war ich auch und eingespielt du musst aber zugeben wir haben auf Amateur gespielt damit wirklich jeder eine Chance hat ne ne ich bin jetzt auch Profi und ich gewinne 4-0 ja ich meine ja bloß das mit 10 Uhr das war gestern Amateur damit sie ein bisschen das sollte ja wo es um geschieht es kommt wir zocken müssen vielversorgung das war das denn Bruder das war die perfekte du hättest einfach nur schießen müssen das war das war eine Amateur-K.I. auch in Kripa wenn sie versuchen vorzumachen so ungefähr oh jetzt werden sie wechseln na was das ja eigentlich auch Profi ist das sieht durchaus vielversprechend aus den Ball kann abfahren da ist ja schon vielleicht vielleicht da hat er vielleicht die Chancen ja komm mal da kommt er da von rechts da da ist er guck und weg ist er der Ball verlassen jetzt kommt er kommt davon von hinten ja aber sehr gut das war meine Schuld schon mal den Trainer abschießen und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren oder der Trainer schießt einfach ein Ball weg wenn nicht richtig geworfen wurde ja und wird dann vom Platz geholt finde ich immer auch zu gut einfach ne da hat er die Chance und schon wieder Elfmeter und schon wieder Elfmeter gegen die team was das gibt's doch nicht und das ist dann irgendwann auch nicht ne also ein Elfmeter Mal in so einem Spiel ist ja normal ne das war ein fuß ausrutscht also aber zweimal ist wirklich schon dumm einfach also einmal so ein elfmeter es passiert immer mal was passiert alle paar spiele in der liga macht dann ist man vielleicht unglücklich die gegner erwischt und der sonne gibt es aber zweimal das ist wirklich schon vor allem geschießt ihn wieder in dieselbe ecke und er ist wieder nach rechts gesprungen er lernt auch nicht raus es gibt keine leeren kurve bei ihm oder so denn sie hat sich da gerade zu dritt um einen ball prügeln gerade sicher dass du wirklich auch gestellt hast oder war das nur für das spiel in der tat viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient das ist es sehen in der Einstellung Schöne NL versenkt die Einstellung ein weiter noch ein wo war das und sie können wir nehmen was nicht hier nennen kannst du es hier gerade nicht sehen er ist nur ein Menü bei einem kein einziges auf der anderen Seite da spricht der deutliche Sprache er war 6 0 Klatsche das ist noch realistisch ja ich meine das war es wird jetzt auch ein bisschen zu einfach und wie guter Vorstoß da jetzt auch für den wir gucken da ist die Chance Phänomenal ohne Worte ich umarme dich Bruder hast du schon aber ich stehe auch immer gut ja aber es wird ja wie gesagt es wird ein bisschen zu einfach irgendwie und genau das tut er eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr auch nicht für Kosmetik übrigens hahaha das wäre es ja jetzt wenn jetzt einfach so mitten im Spiel jemand anfängt sich jetzt mal neue Schmunker oder Schminker aufzutupfen ne so wie im Fernsehen einfach bloß und wieder gut auszusehen ne da haben sie den Ball gut gemacht aber er meint wahrscheinlich Kosmetik im Sinn von das Ergebnis für die Gegner verbessern ne die Zeit ist nicht mehr ne er macht es aber nicht immer noch ich überlege gerade wie man gewandle ich den wer ist mit durch die ganzen Abwehrspieler trippeln bevor sie ihn gleich abnehmen schlösser ja was ist ja ist egal ja es ist wenn wir zwei eins kriegen dann ist es Bayern gegen Rw Leidt Seite Rw Salzburg ja ah scheiß Stellungsspiel könnte jetzt was werden da müsste man keinen 7-1 bekommen weil wenn sie wirklich auf dem Schwierigkeitskratz spielen wo ich gerade denke dass sie spielen vergessen das mal umgestellt wurde generell dann und da ist der Ball wieder weg na das war das wünscht zu spielen keine Ahnung irgendwie ist es eh nur noch hin und her kollerei das Ergebnis steht seit gefühlten halbviertes schnell eine stunde fest neun minuten bis zum ende die Vorwärtswegung jetzt jetzt schießt er und es geht den Abstoß weiter aber die Zuschauer haben einen zweiten Ball geschenkt bekommen ja hast du ihn doch uns ausgeschossen ne aber ich habe mir jemanden angeschossen ist doch egal es geht mit dem Abstoß weiter sagt er ne oh die Zuschauer da hinten haben schon zwei Bälle geschenkt bekommen ne das war jetzt das zweite Ball der da in die Tribüne gefallen ist da hat er Platz jetzt die Flanke gute Chance der Schuss war gefährlich aber der Spieler blockt ihn richtig gut da läuft er schnell weg nicht dass er nicht noch einen Bayern bekommt schnell zurückgezuckt das sieht durchaus vielversprechend aus hä Digga mach doch passt doch zu mir stand frei bist du mit Risiko gewesen bei mir ist doch schön wie dein KI-Mitspieler gerade den Ball einfach eins ausgedrebet hat so dass der Typ der ihn vorher hatte gleich weiterspielen kann das ist gut 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 sind die jetzt mal das Tor treffen sollten ich bin nur Kosmetik ey ich wollte noch ein 8-0 machen der nein Zeit abgelaufen du hast deine Hälfte Tore 5 schlechte Statistik 45% äh 40% ist gut schön abgelaufen ja boah ein letzten ist gut hallo bald Daniel fuß 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 50 Saisontag eine wirklich legendäre Leistung denn der Schusspräzision können andere Stürmer noch einiges lernen sind die Saison immer mehr zu einem der besten was der besten Ballverteiler wer du was sind deine Lobpreisungen da die ich gerade vorgelesen habe ok ok jetzt 2024 mhm wir sind 2024 wir sind bald 2025 gehen uns mal kurz hinten noch